Hello und willkommen zu einem Glitzember-Vlog. Ich freue mich so. Das ist eigentlich das Ende von meinem Vlog, dieser Bildausschnitt. Aber mir ist nämlich jetzt etwas eingefallen, das werde ich an den Anfang setzen, von meinem Vlog. Und zwar, bevor ich mit dem Glitzember-Vlog starte und euch gleich herzlich begrüße, habe ich mir überlegt, in jedem Glitzember-Vlog ein Mystery Pack, also Package, zu verlosen. In dem ihr, also ihr könnt teilnehmen, in dem ihr meine Quizfrage beantwortet. Das wäre doch mal was. Und zwar, meine heutige erste Quizfrage an euch ist, wie viele Umzüge habe ich schon in meinem Leben gemacht? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und eine oder eine unter euch hat dann die Möglichkeit, eine Mystery Box zu gewinnen. Das kann wirklich alles quer durch sein. Das kann Beauty-Produkte sein, das kann auch Schmuck sein. Also ich will es euch noch nicht zeigen, sondern ich stelle es selber zusammen. Und so Mystery Packages werden dann an euch rausgeschickt. Und ich dachte, das wäre ganz cool an euch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit einem Glitzember-Vlog und gehen wieder an den Anfang. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ja, ich sehe zerstört aus, das ist mir bewusst. Ich habe eine wunde Nase, meine Stimme klingt nicht gerade sehr angenehm. Ich bin krank gewesen oder ich bin krank geworden. Und für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, ich habe es eher auf Instagram geteilt. Ich bin am Sonntagabend ins Krankenhaus gegangen, weil ich kann nur von mir bekommen habe, mein Asthma, Bronchitis, Erkältung. War alles zu viel. Am Abend zuvor war ich auf einer Party, wo ganz viel geraucht wurde. Und ich bin mittlerweile sehr allergisch darauf. Und das war ein geschlossener Raum. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Meine Atmung ist immer noch nicht so ganz perfekt. Nein, scht, runter. Nein, kein Essen, runter. Wir müssen echt lernen, es ist ein Dauerkampf. Bevor ich hier mit negativen Sachen starte, ja, wollen wir mal erstmal kurz würdigen und schätzen, dass wir Dezember haben. Weil es heißt wieder Glitzember. Und Glitzember, wisst ihr ja, das ist für mich seit meinen Anfangstagen auf YouTube meine Weihnachtsserie und Weihnachtsvlogs. Ich habe dieses Jahr entschieden, die Glitzember-Serie nicht auf meinem Vlog-Kanal hochzuladen, da ich ihn einfach gar nicht nutze und er nicht so aktiv ist. Und ich möchte, dass alle meine Follower und Zuschauer meine Videos sehen und die aktivsten sind nun mal auf meinem Hauptkanal. Deswegen dachte ich, es wäre auch ein super Kombi, eben auf meinem Hauptkanal Vlogs und Tutorials und Collabs hochzuladen. Ich glaube, das wäre eine coole Abwechslung. Und deswegen wird es auch jetzt Glitzember-Vlogs auf meinem Hauptkanal geben. Ich werde versuchen, zwei Vlogs die Woche hochzuladen. Versuchen, wenn nicht, dann einmal die Woche, aber ich versuche es auf jeden Fall, zwei Vlogs die Woche und dazwischen noch ein normales Video. Das ist so mein Ziel, drei Videos die Woche im Dezember. Das wäre für mich, ich wäre sehr happy, wenn das klappt, weil ich bin momentan in einer Phase der Planung. Und es ist so ein Endspurt. Für nächstes Jahr, 2019, habe ich ganz, ganz große Projekte, die... Es sind also Projekte, die ich mache, also keine Kollaboration oder so, sondern das ist eigenständig. Und es ist einfach so viel Arbeit, sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und ich verreise jetzt auch demnächst, nächste Woche auch, um Behind-the-Scenes und so weiter aufzunehmen. Und das wird einfach alles so spannend für mich und ich kann es kaum erwarten, das euch zu teilen. Die Frage natürlich, die jetzt auch sicherlich aufkommen wird, ist, wieso lässt uns nicht schon jetzt daran teilhaben, in der Vorbereitungsphase? Ich werde ab einem gewissen Punkt anfangen, aber ich möchte für mich selber ready sein und das alles auch so sitzt, dass es auch einfacher ist für mich zu teilen und dass da keine Komplikationen aufkommen. Ich bin sicher, es werden sicherlich Komplikationen aufkommen. Das ist ganz normal, damit muss man leben. Aber ja, trotzdem, ich freue mich so. Ich wünschte, ich hätte mein Dezember viel hübscher gestartet, ein bisschen zurechtgemachter. Aber es ist gerade eben viertel vor elf und im Hintergrund, ich habe es jetzt ausgemacht natürlich, läuft die ganze Zeit Weihnachtsmusik bei mir, weil das beruhigt mich. Und die Musik beruhigt auch meine Katzen so extrem, also die klassische Musik. Also die Klassik, so Frank Sinatra, wie hieß der andere Nummer? Dean Martin, genau. Die Musik ist so beruhigend, meine Katzen sind so wie die ganze, so zum Chi die ganze Zeit. Und ich muss es euch gleich mal wieder zeigen, weil die sind groß geworden und sind so Wundeproppen. Ähm, Sheila hat ein bisschen zugenommen. Ähm, da muss ich auf jeden Fall, natürlich liegt es immer an der Mama, an der Katzenmama. Ähm, was mich eigentlich so wundert, weil sie bekommen beide gleich viel Essen. So, ich wollte euch die Katze zeigen. Ich muss euch Sheila zeigen, sie ist so eine Wundeproppen geworden. Sheila, Sheila. Hallo. Ja, was willst du mir sagen? Was ist los? Sie ist die Gesprächigste von allen. Also sie ist unfassbar gesprächig. Sie ist liebevoll. Sie ist ein Schmusebär, so wie sie aussieht. Da will ich immer meinen Kopf hier reinlegen. Und das passt auch, das darf ich auch. Und deswegen, sie ist so ein wundervolles Baby. Und wie hübsch sie geworden ist. Am Anfang hieß sie Sheely, haben sie alle Sheely genannt. Und manche sogar Eddie. Keine Ahnung. Weil sie so extrem geschielt hat. Aber du weißt, sie ist ein kleines Baby, gell? Das ist Sheila. Tipsi. Tipsi ist natürlich in ihrem Reich. Guckt mal. Ich habe immer eine Tagesdecke hier drauf. Immer, immer, immer. Damit eben, ja, das sieht zwar jetzt nicht so hübsch aus. Ich wechsle sie immer mit einer grauen und einer lilanen. Aber so schütze ich mein Bett vor Katzenhaaren. Weil die lieben es. Egal, wie oft ich schon das Zimmer zugemacht habe. Mir zerreicht das Herz. Die springen immer wieder aufs Bett. Und das ist die beste Lösung. Und ich habe auch keine Katzenhaare im Bett. Auf dem Bett, meine ich. Und ich habe auch gar nicht so viel Stoffmöbel und Teppiche. Deswegen hält es sich auch sehr in Grenzen. Ich kann auch gerne mal so ein spezielleres Video dazu drehen, wie ich das mit drei Katzen mache. Weil ich kriege so viele Fragen. Und, ja, meine hübsche und große Mama. Get my firstborn baby. Meine Engel. Ich habe sie vorhin gekämmt. Ja, wen haben wir denn hier? Die wunderschöne, grazile Snowy. Guck mal, sie hat keine blauen Augen mehr. Hat jetzt so grüne Augen. Und sie hat sich gleich dazu gesetzt, weil sie dachte, es gibt Essen. Schatzilein. Nein, kein Essen. Ja. Guck mal. So eine kleine Kugelmaus. Ich hoffe, wie aussehe ich diese Schuhe. Ja. Hast du was zu melden? Ja, immer. Und du, meine hübsche. Deine Stimme ist eigentlich nur ganz, ganz leicht. Sie hat so eine ganz, sie hat eine ganz witzige Stimme. Ihre Stimme klingt immer wie so ein kleiner Piepser. Ich werde heute noch einiges machen müssen. Pakete abschicken. Wieder Pakete erhalten. Und meine Atmung. Ja, und heute Abend ist Dagi's Boutique Release Party. Ich weiß schon, was es ist. Und ich freue mich mega für sie. Und natürlich erzähle ich gar nichts. Das ist das Wichtige, dicht halten zu können. Und ich freue mich so extrem für sie, weil es einfach auch ein Riesenschritt für sie ist. Und ich meine, Dagi hat ja auch schon so viel erreicht. Einer der bodenständigsten, liebevollsten Menschen in dieser YouTube-Branche. Und deswegen, sie ist einfach ein Goldschatz. Und ich freue mich wirklich vom ganzen Herzen für sie. Und die Party ist eine White Party. Also all white. Wir müssen alle mit einem Pop of Color. Zum Glück. Weil ich habe eigentlich nichts Weißes für den Winter. Ich habe eher so dunklere Sachen. Und wenn ich mich so angucke, oh Gott, wie soll ich denn das hier alles? Meine ganze Nase ist so trocken und wund. Deswegen schmiere ich sie ein mit ganz viel Feuchtigkeit, damit die trockenen Stellen einfach wieder besser aussehen. Und ja, ich werde jetzt gleich los zur Post. Ein paar Sachen zurückbringen beim Zara, weil ich habe ein paar Sachen geshoppt. Ach, beim Zara gibt es gerade so schöne Sachen. Und ja, ich melde mich später wieder. Und letztlich Dezember beginne. Ich freue mich voll. Ich wünsche euch jetzt ein bisschen mehr Gestalt und Gestalt. Das ist reale Leben. Ja? Ja, was willst du mir sagen? Was willst du? Willst du schmusen? Hä? Willst du schmusen, Schatz? Ja? Ah, das ist Euli. Oh mein Gott, kennt ihr noch Euli? Ist immer noch ihr Euli. Kuckuckuck. Die ist einfach so chillig. Ich liebe meine Katzen. Ich könnte den ganzen Tag mit meinen Katzen verbringen. Hallo, Sweeties. Ich bin jetzt die ganze Zeit unterwegs gewesen. Und bin jetzt auf dem Weg heim. Und ja, ich... Wow, es ist so kalt. Ich muss sagen, ich habe nichts dagegen, dass es so kalt ist. Ich bin jetzt mit allem durch. Wette jetzt erstmal kurz noch... Ah, meine Lippen sind so trocken. Geht gar nicht. Ich kenne das, wenn die Lippen so trocken sind, dass man das Gefühl hat, man kann sich nicht mehr bewegen. Was ist falsch mit mir? Ich brauche auf jeden Fall meine... Ich sehe aus. Das gibt's nicht. Da rasch dich ja selber aus. Ähm, egal. Später wird einfach eine Verwandlung stattfinden. Ich werde mich gleich sofort ready machen. Überhol tun sie erst was zu essen holen. Oder nicht zu essen holen. Zu essen machen. Dann wird geduscht. Ready gemacht. Ich habe immer noch kein Outfit für die Party. Wird schon was finden. Ich denke, ich werde so eine weiße, weite Hose tragen. Mit einer Bluse. Oder einem schönen Top. Und mit meinem Fake... äh... Fake Fur-Mantel. In Weiß. Und dann wird das schon passen. Make-up und Haare müssen einfach, glaube ich, sitzen. Das war's. Ich habe so geschwollenes Gesicht. Das ist doch nicht normal. Immer wieder Schwellung. Eat it. Süßen, ich bin auf dem Event von Dagi angekommen. Und gleich hier mit ihr seid. Ja, alle ignorieren mich. Alles gut. Ja, mein Vater ist auch da. Soll mich gerade besuchen zu kommen. Hier war ich auch schon auf dem Red Carpet. Und ja, ich bin so gespannt. Wird ein cooler Abend. Ich habe vorher nicht mehr geblockt. Irgendrunter und drüber. Aber ich habe euch gesagt. This morning versus now. 12.15. Aber ja. Und da ist Sandy. Here we go. Inception, oder was ist denn hier los? Hahaha. 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 H Emirates. dwells I knew it. Hehehehe. Woow. 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 Ha! get奇怪. Woow. Oh mein Gott, okay, Bettine ist draußen, meine eigene Make-up-Friendies. So, oh mein Gott, ich kam ganz klar, ich fang gleich an zu wollen. Dankeschön, ihr seht alle so gut aus. Ich weiß, es war etwas schwer, jetzt weiß im Winter zu finden, aber ihr seht alle so gut aus. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch den Sinn, warum weiß, denn das ist Bettine. So, Friends, das ist hier ein Aufsteller. Ja, der Highlight. Wir haben jetzt aber draußen. Das sind die Lipglosse. Die werden 11,95 Euro kosten. Bye. Soll ich irgendwie besser machen? Ich mach einfach ein Highlighter-Palette. Willkommen. Ein Monday! Soll ich komme zum nächsten Mal, ist es ein paar Jäser? Ciao, ich möchte. Soll du dir? Soll ich dich. Soll ich dich. Soll ich mich nicht. Soll ich mich nicht. Soll ich mal. Soll ich mich nicht. Das ist gut. Hey, little baby, how are you doing? The thing is that for cats, you have to do a little bit of a nerve, that they can eat constantly. Tipsy was always someone who didn't really eat so much, not so much. She always had something to eat as a perser cat. Then I gave her a little bit of food, then she ate it again and again. She had never eaten. I tried to make it 3 times a day, but it was not so. She had always said, no, I don't want to eat, it's not time. Dieven halt, perserkatzen. And these two cats, especially Sheila, the small fressmaus, when Tipsy is ready and she never eats their food, I don't want to eat too much. I don't want to eat too much. Sheila is then her stuff. She tries to eat some of the tipsy. I also have to be careful, that she doesn't get too moppelig, because she has a little bit of it. In the last whole week, I have to be careful and she took a little bit of it. I don't want to eat this moppelig cat, because of course it's not good for her health. Because if she has too much food, then it's a cat and it's too fat. And that's what I don't want to be as a cat mother. The struggle is real. Today evening come Iset and Fatah to visit. Maybe it's Sammy too. And I'm going to make today a racquet. I have a lot of fun. I know there is no such an reason. But I just want to eat together, to talk, just a little bit of time to spend. And yeah, I have to make a bit of order. For me it looks a bit chaotic. And now we're doing... So, now I have the first Advents cut turned on, but... I'm going to do it now, because of the stinker here... Hey! I'm going to do it now. I'm going to do it now. I'm going to do it now, when I work on the sofa or chill. Because then the cats are always on my sofa. And then I have the control. All the other cats are always in a glass container, so that the cats don't come here. But the first Advents cut is a mouse. Yes, Sheila? Oh God, she ignores me now. Super. I'm going to do it now. I'm going to do it now. I'm going to do it now. I'm hungry, 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 hungry. Ah, I want to show you something else. I have yesterday, I made Plätzchen. That's a Mürbengebäck, Plätzchen. I don't know. Mürbeteig, Plätzchen, I meant to say. I'm not so happy with the recipe. I found it online and they are a lot too plain. Also, they are not good at the taste. I have always made the Butter-Ess, the Butter-Ess-Rezept for Mürbete, also for this art of Plätzchen. And they taste better. And then I have another, like I say, Karpfen, Karpfen, Karpfen? I don't know how they are. I have them instead of with Haselnüssen, with Mandel, so they taste very, very delicious. Yummy. Coffee time. Nein. Oh, gestern ist mir das hier gerissen. Mein, so das Mehl. Ach, zum Glück habe ich es noch irgendwie gerettet, weil sonst wäre ich ohne Mehl und dann wäre es ein bisschen problematisch mit den Plätzchen nicht, weil ich will heute auf jeden Fall noch mal ein paar Plätzchen machen. Ich hoffe, ich habe eine Zutaten da. Und die Alte denkt, es gibt schon wieder Essen. So, meine Verlosung, huch, meine Verlosung, die ist online. Hier, also ich werde jeden Advent eine Verlosung machen, in der ihr dann die ganzen Produkte einmal in den Bilden, einmal in einem Video sehen könnt. Und das möchte ich echt nur für meine Follower machen. Und ja, schon zu 2116 Kommentare. Das wird mir so schwer fallen, einen Gewinner auszulosen. Aber ihr habt immer bis zum nächsten Advent Zeit. Also einen Tag vorher, also sozusagen am 8. Dezember, werde ich dann die Person losen. Ja. Und sonstens hier, ansonsten meine ich, poste ich echt regelmäßig mittlerweile Bilder. Und das sind hier so Bilder von mit der Latasha Lindenmann, die wir geschossen haben. War richtig nice. Einfach so, just for fun, haben wir ein Creative Editorial Shooting gemacht. Und ja, also falls ihr mir noch nicht folgt, Wellami! Guckt mal, diese Irren. Meine Katzen sind einfach kleine Chinchilla-Ratten. Die sind solche Irren. Snowy! Sheila! Nein, nicht schon wieder den Teppich, bitte nicht. Sie ist so ein Wohnebrocken geworden. Oh Mann. Nur der richtige Cat, Mann. Ich könnte sie den ganzen Tag beobachten, ne? Steak. Steak. Min,ivos. Starr. Wie. Du, ne, du! Wie. So健…. oh so precious meow meow Gott, du bist eine crazy catlady kiddos, your mom is a crazy catlady but you know what I don't give a damn about it sie weint du hast so perfekte Augen tsch 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 Ich mache gerade Plätzchen, ich mache Butter-Ess Donny hat mir das Rezept geschickt ich habe jetzt hier Mehl drin, 400 Gramm 200 Gramm Butter und das ist jetzt nichts veganes wirklich traditionell ähm traditionelles Gebäck, sagen wir es mal so das hat meine Mama auch schon damals immer gemacht jetzt muss ich nur noch schauen nach dem Rezept, was mir Donny auf Whatsapp geschickt hat, let me check ähm ich muss echt das neue Handy ich muss meine SIM-Karte in mein neues Handy reinmachen also, hier Eigelbe da 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 ja, braucht kein Mensch drücken und Zucker drei Eigelbe das Salz und die Zitronenschale hineingeben und dann alles schön miteinander vermischen also das ist das Rezept das könnt ihr hier gerne Screenshot machen Screenshot machen Allgäuer Butter-Ess das sind meine Lieblings-Kekse ähm ich habe jetzt anstatt Weizenmehl Dinkelmehl genommen ich hoffe das passt auch so und ja so ich habe jetzt hier next step 125 Gramm Zucker reingemacht und drei Eigelbe und als nächstes kommt noch eine Zitronenschale rein glaube ich eine abgeriebene Schale einer halben Zitrone ähm eine Prise Salz und dann wird alles schön mit dem Mixer vermischt so währenddessen trinke ich meinen Ginger Shot ich habe ja ich habe ganz viele Shots mitgebracht oder gekauft zumindest und damit ich mich auch immunisiere hoffentlich ähm es schmeckt so übel aber you gotta do what you gotta do girls ich habe leider keine Spritztüte für die Butter ich habe eins ausprobiert mit einer selbstgemachten aber ich habe sie komplett vergessen zu kaufen deswegen errolle ich das aus und steche meine Formen einfach aus ich habe mich ein bisschen ready gemacht oh mein Gott ich muss die Musik äh hinter mir im Hintergrund ausmachen beim Kopiergeschütz und so und dann wollen wir nicht dass das Video nicht online gehen kann ähm ja ich habe jetzt sorry für dieses ganze im Kreis herumdrehen ich habe gerade eine Runde gesungen habe mich ein bisschen aufgefrasht fühlt sich schon viel besser an äh oh sorry ach guck mal äh das Singen ist so wie so ein das befreit meine Stimme irgendwie auch von diesem ganzen Zeug ähm schaut mal ich wollte euch mal kurz die kleine Maus zeigen die ist so cute gotta show you that oh baby baby she's so tiny baby kuckuck oh na kuckuck oh Gott ich liebe sie so sind und schon geht das geknatterlos ja Tipps ist hier ich mache jetzt so ein bisschen Tisch frei ähm die Kekse sind ja noch nicht so wirklich ready ne also die mit Hagelzucker bleiben jetzt so aber der Rest den muss man ja auch natürlich ein bisschen verzieren deswegen sind die halt eher so plain aber die schmecken auch so das ist der Teig von dem ich geredet habe dieses Butter S Allgäuer Butter S heißen die ich habe jetzt so das letzte Stück äh einfach zu einer Kugel gemacht und so ein riesen Plätzchen das gönne ich mir später und ja die ersten sind immer ein bisschen bei mir braun geworden naja aber süße die kleinen Katzileins ich habe die auf Amazon bestellt ich kann sie euch natürlich auch alle unten verlinken und jetzt wird erstmal ready gemacht Raclette Brot ein bisschen aufwärmen Kartoffeln habe ich keine ich habe zu Vater gesagt die soll bitte Kartoffeln bringen weil ich habe es komplett verplant Kartoffeln einzukaufen und deswegen wird sie jetzt ein paar Kartoffeln holen Good morning Babies Na foodie time Ich habe Tibsi ein bisschen Nassfutter gegeben die hat jetzt nicht so viel also ihr habt irgendwie nicht so viel gegessen deswegen habe ich ihr nochmal Trockenfutter gegeben und sie bekommt dieses Trockenfutter und die kleinen Katzen kriegen auch von dieser Brand das Kittenfutter und auch wieder von der Brand das sind einfach keine Zusatzstoffe alles wirklich auch Lebensmittel Standard also so dass theoretisch kann ich das auch essen sagen wir es mal so aber ne 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 ich habe gerade oder ich bin gerade dabei die Küche aufzuräumen gestern Abend haben wir bei mir gegessen ähm ja ich fühle mich sehr gut ich fühle mich so viel besser das XCM geht schon zurück es ist nur ein bisschen noch rot aber es tut nicht mal weh das heißt heute werde ich auf jeden Fall ein Video drehen Make-up Video auf jeden Fall wird mein Spot heute da sein also ich glaube ich werde auch die Videos erstmal hier drehen das ist glaube ich ein schönerer Hintergrund als der den ich sonst in meinem Filmzimmer nutze und ich gehe jetzt auch gleich zu Ikea weil guckt mal mir sind gestern fast alle Teller durchgebrochen ich hatte ja ich hatte weiße Teller ja ich hatte einfach plain weiße Teller es kommt mir eigentlich auch wirklich sehr gelegen dass meine Teller kaputt gegangen sind weil ich hatte eigentlich so die Nase voll von weißem Teller ich habe mir von Ikea die Teller gekauft das finde ich eigentlich sehr 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 hübsch so einem blau und ich gehe jetzt später nochmal ein paar kaufen Deko brauche ich nicht nochmal ich muss nur schauen ob ich nicht vielleicht meinen Teppich finde weil ach ich weiß nicht irgendwie ist es noch nicht so komplett was meint ihr Wohnzimmerbereich mehr Bilder mehr Teppich soll ich Teppich holen ja das Sofa wenn ich heute nochmal die Wahl hätte würde ich ein komplett anderes Sofa holen aber es ist halt sehr gemütlich und sehr groß man lässt sich auch zu dem Bett ausziehen und hat sogar Stauraum und guck mal und das meine ich die kleine Fetty Maus hat da gegessen und will jetzt schon wieder zu Tipsy's essen deswegen not gonna happen ich würde euch mal beweisen dass Tipsy auch miauzen kann na hey mommy boah Tipsy jetzt gerade wo die Kamera an ist hey mommy hä hä was ist denn jetzt hier für eine Versammlung ich wollte Tipsy einen Snack geben hä 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 ja ihr habt schon eure Snacks bekommen tippst du noch nicht hä ja guck da geht doch paar kiese Herzileins so friends ja hello hello Rudi Sammy ist da hat ähm mich abgeholt und jetzt gehen wir zum Ikea weil er auch zum Ikea muss ja Lamy Vlog parallel ели ich mach einfach einen Weekly Vlog well let's see inside meine Teller sind kaputt gegangen hä welche heute morgen die ganzen ähm ich hab einfach mit meiner Spülmaschine ausgeräumt und äh meine Spülmaschine ausgeräumt und dann äh ist mir also als ich dies rausgezogen habe ist es mir runtergefallen Ich bin so froh dass nix an der Küchentheke kaputt gegangen ist Aber egal, ist so gut. Aber ich bin so froh darüber, weil ich habe keine Bock auf diese Teller mehr gehabt. Ich wollte dunklere Teller, weil ich hasse weiße Teller mittlerweile. So basic. Aber als ich eingezogen bin, wollte ich so schnell wieder diese Teller haben. Aber das sind die Teller, die du schon seit Jahren hattest, gell? Nö, ich habe mir neue gekauft gehabt. Die sehen noch genauso hässlich aus. Und ich dachte mir so, boah, da kann ich nix. Aber fängt die ja, gell? Ne, die waren irgendwo von, wo waren die her? Von Hüffen oder so. Ja. Ich bin heute umgeschminkt. Ich habe nur mein Öl auf dem Gesicht. Ich auch. Komplett umgeschminkt. Auf jeden Fall. Ja, und ich habe nur einen liquid Lipstick ganz leicht aufgetragen. Und wieso? Weißt du, was meine Kamera, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist bei Canon, ne? Konstant bei mir. Akku ist irgendein Problem. Aber hast du es nicht aufgeladen? Doch! Ich habe es gestern die ganze Nacht aufgeladen. Dann brauchst du nur einen Akku. Ich habe auch immer einen Ersatz-Akku. Egal, ich spare jetzt mal meinen Akku. Let's go to the IKEA. Es ist echt angenehm warm. Ich kriege die Krise. Warum? Warum ist es so warm? So glücklich. Wir lachen bei unseren Storypost auf Insta. Die ist richtig drin. So, das sind die Teller, die ich mir brüht habe. Dunkelblau. Was sind die hier? Aber irgendwie wirken die heller als meine aktuellen. Oder habe ich Wahrnehmungsstörung? Und du schiebst heute mal den Wagen lang? Ich wollte gerade was sagen. Ja, was wollten sie sagen? Äh, nee, ich habe ja darüber geredet, dass ich gerne meinen alten Häusch aus Stuttgart wieder mitbefinde. Oh ja, der war so schön. Der war auch so teuer, gell? Das ist teuer. Du musst ihn einfach mal schleifen lassen und lasieren lassen. Ja, der war auch schön. Ich habe den besten Baum gekauft. Oder geholt. Und du suchst jetzt... Suchst schon einen guten Baum, ein Green. Boah, du bist einfach... Na, schla... Man. Nanometer. Ich habe halt... einen richtig cuten Baum. Das ist mein... Aua. Aua für den Eingang. Aua. Nur weil ihrer grüner ist das meiner. Samy sind ein bisschen, ja... Did you do this? Ja, mein Gott. Ja, der sieht saftiger aus. Ja, pfick ihn halt. Ja, es soll jemand was klauen, der wird dann richtig was zu spüren bekommen. Aber ja. Er versucht mich zu verarschen und will meinen Baum klauen. Ja, du scheiß drauf, sagte er. Und vorhin hat er wie ein Irrer noch nach einem grüneren Baum gesucht. Einen größeren, volleren. I don't care. If it doesn't matter in 5 minutes, I won't be right. Ja. Und ich sehe aus wie Mona Lisa. Deine Kamera ist echt anders. Ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, die Einstellung ist etwas anders. Ja. Und jetzt, ich muss noch gleich einkaufen gehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du mich fahren kannst, aber ansonsten... Vorher schauen. Oh, und dann halt schon mal. Also ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit. Meine Haare sind schon wieder so dunkelbraun. Ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit. Ja gut, dann kannst du mich kurz einkaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich zum Vidal möchte. Oder zum K-Fland. Und ich bin jetzt aus der Dusche nochmal gekommen. Ich habe heute zweimal geduscht, was eigentlich nicht so gut für meine Haut ist, weil ich habe eine sehr, 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 sehr trockene Haut. Aber ich habe jetzt nochmal einfach, ich wollte einfach nochmal meine Haare unter der Dusche waschen. Jetzt nicht so separat. Und ja, ich höre gerade ganz viele Mariah Carey-Songs und wow, ich liebe diese Frau. Sie ist seit Jahrzehnten, Jahrzehnten eine Ikone für mich. Und ich kenne, glaube ich, jeden Song, jeden Song, den sie jemals released hat, auswendig. Ich stelle mich schon mal ein, Mariah Carey-Songs zu singen, weil ich ihre Songs einfach so... Die sind einer der geilsten Songs im Winter. Und ich dachte mir, ich beende jetzt den Vlog. Ich weiß, dass in diesem Vlog nicht so viel passiert ist. Ich verspreche euch, es wird so viel mehr passieren in den nächsten Tagen. Morgen werde ich noch zum Spray-Train gehen müssen, meine Nägel machen. Also ich werde ja über die komplette Zeit, über den komplett Dezember vloggen. Aber es wird ja nicht täglich einen Vlog online kommen. Auf jeden Fall mindestens einen Vlog in der Woche posten. Also mindestens einen. Wenn mehr entstehen, why not? Aber ich finde es irgendwie besser, wenn ich über die Tage vlogge. Dann hat man einfach so einen Einblick in der ganzen Woche, was da passiert ist. Alles da jetzt nur täglich. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall... Ich habe jetzt gleich einen Call. Ein paar Sachen für nächstes Jahr fixieren. Weil im Januar stehen einige ganz wichtige Reisen ein. Aber ich werde euch hier eh ab Januar, Februar, dann werde ich euch mehr erzählen. Weil dann fühle ich mich auch viel besser, das zu erzählen. Weil das dann schon fast ready ist. Und ja, aber der letzte Schritt, so der letzte Weg, den werdet ihr einfach mit mir gehen müssen. Und ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Ich werde auf jeden Fall täglich vloggen. Das ist schon mal klar. Aber wie gesagt, es wird alles immer in kompakten Vlog reinkommen. Und lasst mich gerne bitte wissen, was für Videos ihr euch wünscht. Gerade zur Weihnachtszeit. Es müssen keine Make-up-Vertorials sein. Es können auch mal Challenges sein. Also ich habe auf jeden Fall Lust, auch mal ganz andere Videos zu drehen. Nicht, ja, das, was man so von mir kennt. Einfach Challenges, coole Kollaborationen. Also mit wem wünscht ihr euch eine Collab? Ja, lasst es mich mal wissen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht. Und wir sehen uns im nächsten Glitzhammer-Vlog. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.